Herzlich willkommen zu Big NT, The Fast and the Furious. Heute ist Tag 7. Ich bin Niklas und ich bin Jugendreferent in Plitzhausen und in Rübgarten. Und die Bibelstelle für heute lautet Römerbrief, Kapitel 1 bis 8. Zu Beginn möchte ich mit Gott reden und ein Gebet sprechen. Und Jesus, da danken wir dir für dein Wort, in dem wir dich erfahren können. Und wir bitten dich, dass du jetzt in der nächsten Zeit zu uns sprichst. Dass du uns dich neu kennenlernen lässt und dass du uns auch aufrüttelst und wach machst, wo es vielleicht dran ist. Schenke du uns deinen heiligen Geist, um von deinem Wort bewegt zu werden. Amen. Kapitel 1 Paulus, Diener von Christus Jesus, zum Apostel berufen und dazu bestimmt, Gottes gute Nachricht zu verkünden. Gott hat sie ja durch seine Propheten in den heiligen Schriften schon im Voraus angekündigt. Es ist die gute Nachricht von seinem Sohn. Der war seiner irdischen Herkunft nach ein Nachkomme Davids. Der ist durch den Geist der Heiligkeit in seine Vollmacht als Sohn Gottes eingesetzt. So herrscht er seit seiner Auferstehung vom Tod. Was ich verkünde, ist also die gute Nachricht von Jesus Christus, unserem Herrn. Durch ihn haben wir unsere Befähigung und Beauftragung zum Apostelempfang. Wir sollen alle Völker dazu bringen, ihm gehorsam zu sein und den Glauben anzunehmen. Zur Ehre seines Namens. Auch ihr gehört zu diesen Völkern und seid von Jesus Christus berufen. An alle also, die in Rom leben und von Gott geliebt werden. Alle, die zu heiligen Berufen sind. Ich wünsche euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater und von dem Herrn Jesus Christus. Zunächst einmal danke ich meinem Gott durch Jesus Christus für euch alle. In der ganzen Welt spricht man über euren Glauben. Gott selbst, dem ich durch die Verkündigung seines Sohnes mit ganzer Hingabe diene, ist mein Zeuge. Ich denke unaufhörlich an euch. In jedem Gebet bitte ich darum, dass ich nach Gottes Willen endlich zu euch kommen kann. Denn ich möchte euch so gerne einmal treffen. Ich möchte euch gerne etwas von der Gabe weitergeben, die mir vom Heiligen Geist geschenkt wurde. Dadurch möchte ich euren Glauben stärken. Oder besser gesagt, ich möchte, dass wir uns bei meinem Besuch gegenseitig ermutigen durch den Glauben, der uns verbindet. Ihr mich durch euren Glauben und ich euch durch meinen. Ich will euch eines nicht verschweigen, Brüder und Schwestern. Ich habe mir schon so oft vorgenommen, zu euch zu kommen. Aber bis jetzt wurde ich immer daran gehindert. Denn ich wollte, dass meine Arbeit auch bei euch Frucht trägt, wie bei den anderen Völkern. Ich fühle mich allen verpflichtet, ganz gleich, ob sie Griechen sind oder nicht, gebildet oder ungebildet. Wenn es nach mir geht, ich bin bereit, auch bei euch in Rom die gute Nachricht zu verkünden. Denn ich schäme mich nicht für die gute Nachricht. Sie ist eine Kraft Gottes, die jeden rettet, der zum Glauben gekommen ist. An erster Stelle die Juden, dann auch die Griechen. Durch die gute Nachricht wird Gottes Gerechtigkeit offenbar. Das geschieht aufgrund des Glaubens und führt zum Glauben. So steht es schon in der Heiligen Schrift. Aufgrund seines Glaubens wird der Gerechte das Leben erlangen. Zugleich wird nämlich auch der Zorn Gottes offenbar. Er bricht vom Himmel her herein, über alle Gottlosigkeit und alles Unrecht der Menschen. Denn durch dieses Unrecht unterdrücken sie die Wahrheit. Schließlich wissen sie ganz genau, was Menschen von Gott bekannt sein kann. Er selbst hat es ihnen ja vor Augen geführt. Denn sein unsichtbares Wesen ist seit der Erschaffung der Welt erkennbar geworden. Und zwar an dem, was er geschaffen hat. Es ist seine ewige Macht und seine Göttlichkeit. Deshalb haben die Menschen keine Entschuldigen. Obwohl sie Gott erkannt haben, ließen sie ihm nicht die Ehre zuteil werden, die Gott zusteht. Sie danken ihm auch nicht. Stattdessen verloren sie sich in Gedankenspielen und ihr uneinsichtiges Herz hat sich verfinstert. Während sie vorgaben, weise zu sein, machten sie sich zum Narren. Die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes gaben sie preis. An seine Stelle setzten sie das Abbild des vergänglichen Menschen oder Bilder von Vögeln, Vierbeinern und Kriechtieren. Deshalb hat Gott sie ihren innersten Begierden ausgeliefert. Er gab sie der Unsittlichkeit preis, sodass sie ihren eigenen Körper entwürdigten. Die Menschen tauschten die Wahrheit Gottes gegen die Lüge. Sie verehrten die Schöpfung und beteten sie statt des Schöpfers an. Der sei in Ewigkeit gelobt. Amen. Deshalb hat Gott sie schändlichen Leidenschaften ausgeliefert. Denn ihre Frauen vertauschten den natürlichen Geschlechtsverkehr mit dem Wiedernatürlichen. Ebenso gaben die Männer den natürlichen Geschlechtsverkehr mit ihren Frauen auf. Dafür entbrannten sie in wildem Verlangen zueinander. Männer treiben es schamlos mit Männern. So empfangen sie am eigenen Leib den gebührenden Lohn für ihre Verirrung. Sie weigerten sich, Gott anzuerkennen. Deshalb überließ Gott sie ihrer verwerflichen Gesinnung. Daher tun sie, was sich nicht gehört. Sie strotzen vor Unrecht, Bosheit, Habgier und Schlechtigkeit. Sie sind voller Neid, Mordlust, Streitsucht, Hinterhältigkeit, Heimtücke, Verleumdung und übler Nachrede. Sie verachten Gott, sind gewalttätig, hochmütig und prahlerisch. Im Bösen sind sie erfinderisch und ihren Eltern gegenüber ungehorsam. Sie sind uneinsichtig, unzuverlässig, lieblos und unbarmherzig. Dabei kennen sie Gottes Rechtsordnung und wissen, wer so handelt, verdient den Tod. Trotzdem tun sie es und spenden darüber hinaus auch noch denen Beifall, die genauso handeln. Deshalb hast du auch keine Entschuldigung, du Mensch, der sich zum Richter aufspielt. Wenn du jemand anderen verurteilst, sprichst du damit selbst das Urteil über dich. Denn du verurteilst zwar andere, handelst aber genauso. Wir wissen aber, wer so handelt, über den spricht Gott das Urteil. Und dieses Urteil entspricht der Wahrheit. Du Mensch, du tust doch genau dasselbe wie die anderen, die du verurteilst. Rechnest du wirklich damit, dem Urteil Gottes entgehen zu können? Oder missachtest du Gottes große Güte, Nachsicht und Geduld? Erkennst du denn nicht, dass Gottes Güte dich dazu bewegen will, dein Leben zu ändern? Du bist starrsinnig und im tiefsten Herzen nicht bereit, dich zu ändern. Und so ziehst du dir selbst mehr und mehr Gottes Zorn zu bis zum Tag des Zorns. Dem Tag, an dem Gott sich als gerechter Richter offenbart. Gott wird jeden belohnen oder bestrafen, wie es seinen Taten entspricht. Es gibt Menschen, die sich nicht davon abbringen lassen, Gutes zu tun. Es geht ihnen um Herrlichkeit, Ehre und Unvergänglichkeit. Ihnen wird Gott das ewige Leben schenken. Aber andere handeln aus Eigennutz. Sie folgen nicht der Wahrheit Gottes, sondern setzen auf das Unrecht. Gottes grimmiger Zorn wird sie treffen. Über jeden Menschen, der Böses tut, lässt er Not und Verzweiflung hereinbrechen. Das gilt an erster Stelle für die Juden und dann auch für die Griechen. Aber jedem, der Gutes tut, schenkt Gott Herrlichkeit, Ehre und Frieden. Das gilt ebenso an erster Stelle für die Juden und dann auch für die Griechen. Denn Gott ist ein unparteiischer Richter. Alle, die das Gesetz übertreten haben, ohne es zu kennen, werden auch ohne das Gesetz zugrunde gehen. Und alle, die das Gesetz übertreten haben, obwohl sie es kennen, werden mithilfe des Gesetzes verurteilt werden. Denn es genügt nicht, das Gesetz zu hören, um vor Gott als gerecht zu bestehen. Nur wer das Gesetz auch befolgt, wird als gerecht gelten. Die Heiden kennen das Gesetz nicht. Trotzdem tun manche von sich aus, was das Gesetz verlangt. Obwohl sie das Gesetz nicht kennen, tragen sie es offensichtlich in sich. Sie zeigen damit, dass das vom Gesetz geforderte Handeln in ihr Herz geschrieben ist. Ihr Gewissen bestätigt das und ebenso die Art und Weise, wie sie in Gedanken das für und wieder abwägen. Das wird an dem Tag sichtbar, an dem Gott Gericht hält über das, was im Menschen verborgen ist. So entspricht es der guten Nachricht, die ich mithilfe von Christus Jesus verkünde. Also, du bezeichnest dich als Jude. Du verlässt dich auf das Gesetz und bist stolz, dass du zu Gott gehörst. Du kennst deinen Willen. Du kannst beurteilen, worauf es ankommt, denn das hat dich das Gesetz gelehrt. Du hältst dich für einen Blindenführer, ein Licht für alle, die im Dunkel leben. Oder für einen Erzieher der Unverständigen und einen Lehrer der Unmündigen. Du bist überzeugt, dass du im Gesetz die Verkörperung der Erkenntnis und der Wahrheit besitzt. Dann verstehe ich folgendes nicht. Wieso belehrst du andere, aber dich selber belehrst du nicht? Wieso verkündest du, nicht zu stehlen und stielst selbst? Wieso forderst du, nicht die Ehe zu brechen und du selbst brichst sie? Wieso verachtest du die Götzenbilder und bereicherst dich trotzdem an ihnen? Du bist stolz auf das Gesetz, aber du verstößt dagegen und raubst damit Gott die Ehre. So steht es schon in der Heiligen Schrift. Euretwegen wird unter den Heiden der Name Gottes in den Schmutz gezogen. Die Beschneidung nützt dir nur dann etwas, wenn du das Gesetz befolgst. Wenn du gegen das Gesetz verstößt, giltst du trotz Beschneidung als Unbeschnittener. Umgekehrt könnte es doch sein, dass ein Unbeschnittener sich an die Fortschriften des Gesetzes hält. Dann zählt er zu den Beschnittenen, obwohl er nicht beschnitten ist. Es wird also der über dich Gericht halten, der das Gesetz befolgt. Und das, obwohl er körperlich nicht beschnitten ist. Denn du verstößt gegen das Gesetz. Und das, obwohl es dir schriftlich vorliegt und du beschnitten bist. Wirklich Jude ist man nicht, weil man es nach außen hin ist. Und die Beschneidung, die nur äußerlich am Körper vollzogen wird, ist nicht die wahre Beschneidung. Nein, wirklich Jude ist man, wenn man es im tiefsten Innern ist. Und die wahre Beschneidung ist eine Sache des Herzens. Sie geschieht durch den Geist, nicht durch den Buchstaben des Gesetzes. Dafür gibt es keine Bestätigung durch Menschen, sondern nur durch Gott. Kapitel 3 Was haben dann die Juden den anderen Völkern voraus? Und was nützt ihnen die Beschneidung? Viel. Und zwar in jeder Hinsicht. Zunächst einmal, ihnen hat Gott seine Botschaft anvertraut. Was hat das für Folgen? Wenn nun einige von ihnen dieses Vertrauen enttäuscht haben, hebt dann ihre Treulosigkeit Gottes Treue auf? Auf gar keinen Fall. Vielmehr wird sich zeigen, dass Gott wahrhaftig ist, während der Mensch sein Wort immer bricht. So steht es schon in der Heiligen Schrift. Du, Herr, sollst Recht behalten mit deinen Worten und als Sieger dastehen, wenn man dich anklagt. Wenn aber unsere Ungerechtigkeit Gottes Gerechtigkeit überhaupt erst beweist, sollen wir dann etwa sagen, ist Gott nicht ungerecht, wenn er sein Zorn über uns walten lässt? Ich rede hier, wie Menschen eben reden. Auf gar keinen Fall. Denn wie könnte Gott dann noch über diese Welt Gericht halten? Andererseits kommt Gottes Wahrhaftigkeit doch wirklich erst durch meine Wortbrüchigkeit voll zur Geltung. Und dadurch wird seine Herrlichkeit umso größer. Warum werde ich dann noch wie ein schuldbeladener Mensch verurteilt? Und warum sagen wir dann nicht gleich, lasst uns das Böse tun, damit das Gute dabei herauskommt? Einige, die uns schlecht machen, behaupten ja, dass wir so reden. Aber wer einen solchen Standpunkt vertritt, den trifft zu Recht das Urteil Gottes. Was heißt das? Sind wir Juden dann im Vorteil? Keineswegs. Wir haben doch eben nachgewiesen, dass Juden und Griechen gleichermaßen schuldig geworden sind. Sie sind in der Gewalt der Sünde. So steht es auch in der Heiligen Schrift. Keiner ist gerecht. Nicht ein einziger. Keiner ist einsichtig. Keiner fragt nach Gott. Alle sind sie von ihm abgefallen. Allesamt sind sie verdorben. Es gibt keinen, der etwas Gutes tut. Auch nicht einen einzigen. Ihr Rachen ist ein offenes Grab. Ihre Zunge gebrauchen sie zum Betrug. Schlangengift steckt unter ihren Lippen. Ihr Mund bringt lauter Flüche und bittere Worte hervor. Schnell sind sie dabei, Blut zu vergießen. Verwüstung und Elend säumen ihre Wege. Und den Weg, der zum Frieden führt, kennen sie nicht. Sie kennen kein Erschrecken vor Gott. Wir aber wissen, was im Gesetz steht, das gilt für die, denen das Gesetz gegeben wurde. Damit soll jeder einwandend zum Schweigen gebracht werden. Denn die ganze Welt steht vor Gott in der Verantwortung. Schließlich verhält es sich doch so. Kein Mensch gilt vor Gott als gerecht, weil er das Gesetz befolgt. Vielmehr erkennen wir erst durch das Gesetz, was Sünde ist. Aber jetzt ist Gottes Gerechtigkeit offenbar geworden. Und zwar unabhängig vom Gesetz. Das Bezeugen, das Gesetz und die Propheten. Es ist der Glaube an Jesus Christus, der uns die Gerechtigkeit Gottes zugänglich macht. Der Weg zu ihr steht allen Glaubenden offen. Denn in dieser Hinsicht gibt es keinen Unterschied. Alle sind schuldig geworden und alle haben die Herrlichkeit Gottes verloren. Sie verdanken es also allein seiner Gnade, dass sie von Gott als gerecht angenommen werden. Er schenkt es ihnen aufgrund der Erlösung, die sie durch ihre Zugehörigkeit zu Christus Jesus erfahren haben. Durch dessen Blut, das seinem Kreuz vergossen wurde, hat Gott ihn als Zeichen der endgültigen Versöhnung eingesetzt. Und durch den Glauben erhalten wir Anteil daran. So hat Gott seine Gerechtigkeit unter Beweis gestellt. Lange hat er die Verfehlungen ungestraft gelassen, die früher begangen wurden. Gott hat sie in Geduld ertragen. Doch jetzt, zu diesem besonderen Zeitpunkt, will er beweisen, dass er wirklich gerecht ist. Ja, er ist gerecht. Und er nimmt diejenigen als gerecht an, die aus dem Glauben an Jesus leben. Gibt es da noch irgendeinen Grund, auf etwas stolz zu sein? Das ist ausgeschlossen. Durch welches Gesetz? Etwa durch das der eigenen Taten? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens. Denn wir sind der Überzeugung, dass der Mensch allein aufgrund des Glaubens als gerecht gilt, unabhängig davon, ob er das Gesetz befolgt. Oder ist Gott nur für die Juden da? Und nicht auch für die Heiden? Natürlich ist er auch für die Heiden da, denn es ist ein und derselbe Gott, der beide als gerecht annehmen wird. Die Juden aufgrund des Glaubens und genauso die anderen mit Hilfe des Glaubens. Bedeutet das, dass wir durch den Glauben das Gesetz außer Kraft setzen? Im Gegenteil. Dadurch bringen wir das Gesetz erst richtig zur Geltung. Kapitel 4 Wir fragen weiter. Wie verhielt es sich eigentlich bei Abraham, unserem leiblichen Stammvater? Was hat er erreicht? Gilt Abraham etwa aufgrund seiner eigenen Taten als gerecht? Dann hätte er allen Grund, stolz zu sein. Aber vor Gott zählt das nicht. Was steht denn in der Heiligen Schrift? Abraham glaubte Gott und das rechnete ihm Gott als Gerechtigkeit an. Wer eine Arbeit leistet, bekommt seinen Lohn nicht aus Gnade, sondern weil er ihm zusteht. Anders ist es, wenn jemand bei Gott keine eigenen Leistungen vorzuweisen hat. Glaubt er an den, der die Gottlosen gerecht macht, wird ihm dieser Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Davon redet ja auch schon David. Er nennt einen Menschen glückselig, dem Gott unabhängig von dessen Leistungen etwas als Gerechtigkeit anrechnet. Glückselig darf sich jeder schätzen, dessen gesetzlose Taten verziehen werden und dessen Verfehlungen zugedeckt sind. Glücklich zu preisen ist der Mensch, dem der Herr die Schuld nicht anrechnet. Gilt dieser Zuspruch der Glückseligkeit nur für die Juden, also die Beschnittenen? Oder gilt er auch für die Unbeschnittenen? Wir sagen, Gott hat Abraham den Glauben als Gerechtigkeit angerechnet. Unter welchen Umständen geschah das? War er damals bereits beschnitten oder war er noch nicht beschnitten? Es geschah nicht, als er bereits beschnitten war, sondern als er noch nicht beschnitten war. Abraham erhielt das Zeichen der Beschneidung als Siegel für seine Gerechtigkeit. Diese Gerechtigkeit hat Gott ihm aufgrund des Glaubens zuerkannt, den er vor seiner Beschneidung gezeigt hatte. Denn Abraham sollte auch zum Vater von allen Menschen werden, die glauben, ohne beschnitten zu sein. Und deshalb wird Gott auch diesen Menschen ihren Glauben als Gerechtigkeit anrechnen. Und natürlich bleibt Abraham der Vater der Juden, also der Beschnittenen. Allerdings nicht nur deshalb, weil sie beschnitten sind. Sie müssen auch in seine Fußstapfen treten. Das heißt, sie müssen denselben Glauben zeigen, wie unser Vater Abraham vor seiner Beschneidung. Gott hat Abraham und sein Nachkommen versprochen, dass sie die ganze Welt als Erbbesitz erhalten. Er gibt ihnen dieses Versprechen aber nicht, weil sie das Gesetz befolgen. Er gibt es ihnen, weil er sie aufgrund ihres Glaubens als gerecht annimmt. Wenn diejenigen, die das Gesetz befolgen, die Erben wären, dann hätte der Glaube keine Bedeutung. Außerdem wäre dann das Versprechen Gottes hinfällig. Denn das Gesetz ruft unvermeidlich den Zorn Gottes hervor. Nur da, wo es gar kein Gesetz gibt, gibt es auch keine Übertretung des Gesetzes. Deshalb gilt für das Versprechen Gottes, es ist an den Glauben gebunden, damit es durch Gottes Gnade in Erfüllung geht. Nur so bleibt das Versprechen für alle Nachkommen gültig. Nicht nur für diejenigen, die das Gesetz befolgen, sondern auch für diejenigen, die aus demselben Glauben leben wie Abraham, der Vater von uns allen. So steht es ja in der Heiligen Schrift, ich habe dich zum Vater von vielen Völkern gemacht. Abraham glaubte an Gott, der die Toten lebendig macht und aus dem Nichts alles ins Dasein ruft. Wo es eigentlich keinen Grund zur Hoffnung gab, hat Abraham voller Hoffnung am Glauben festgehalten. Und tatsächlich wurde er zum Vater von vielen Völkern. Genauso wie Gott es ihm versprochen hatte. So zahlreich werden deine Nachkommen sein. Er wurde im Glauben nicht unsicher. Auch da nicht, als er merkte, dass er nicht mehr Vater werden konnte. Er war ja fast 100 Jahre alt. Und auch Sarah konnte nicht mehr Mutter werden. Aber er stellte das Versprechen Gottes nicht ungläubig in Frage. Im Gegenteil, sein Glaube wurde umso stärker. Er gab Gott die Ehre und war fest überzeugt. Was Gott versprochen hat, das kann er auch halten. Deshalb rechnete Gott Abraham seinen Glauben als Gerechtigkeit an. Aber nicht nur seinetwegen steht in der Heiligen Schrift, Gott rechnete ihm diesen an. Sondern es geht dabei auch um uns. Auch uns soll der Glaube angerechnet werden. Denn wir glauben an den, der Jesus, unseren Herrn, vom Tod auferweckt hat. Gott hat Jesus wegen unserer Verfehlungen in den Tod gegeben. Und er hat ihn auferweckt, damit wir vor Gott als gerecht gelten können. Kapitel 5 Weil wir also aufgrund des Glaubens als gerecht gelten, haben wir Frieden, der auch bei Gott gilt. Das verdanken wir unserem Herrn Jesus Christus. Durch den Glauben hat er uns den Zugang zur Gnade Gottes ermöglicht. Sie ist der Grund, auf dem wir stehen. Und wir dürfen stolz sein auf die sichere Hoffnung, zur Herrlichkeit Gottes zu gelangen. Aber nicht nur das. Wir dürfen auch auf das stolz sein, was wir gegenwärtig erleiden müssen. Denn wir wissen, das Leid lehrt standhaft zu bleiben. Die Standhaftigkeit lehrt sich zu bewähren. Die Bewährung lehrt zu hoffen. Aber die Hoffnung macht uns nicht zum Gespött. Denn Gott hat seine Liebe in unsere Herzen hineingegossen. Das ist durch den Heiligen Geist geschehen, den Gott uns geschenkt hat. Christus ist für uns gestorben, als wir noch schwach waren. Das heißt, er starb für Menschen, die zu diesem Zeitpunkt noch gottlos waren. Dabei wird sie schon kaum jemand finden, der für einen gerechten Menschen stirbt. Wenn überhaupt, dann ist höchstens jemand bereit, sein Leben für einen Menschen herzugeben, der Gutes tut. Aber Gott beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, und zwar damals, als wir noch mit Schuld beladen waren. Jetzt hat Gott uns als gerecht angenommen, denn das Blut von Christus wurde für uns vergossen. Umso gewisser können wir sein, dass wir dann auch vor Gottes Zorn gerettet werden. Als wir noch Feinde waren, versöhnte sich Gott mit uns durch den Tod seines Sohnes. Jetzt, wo wir versöhnt sind, ist es umso gewisser, dass wir gerettet werden, dadurch, dass sein Sohn lebt. Und nicht nur das, wir dürfen regelrecht stolz darauf sein, dass wir zu Gott gehören. Das verdanken wir Jesus Christus, unserem Herrn. Durch ihn haben wir jetzt schon die Versöhnung erlangt. Darum gilt, durch einen einzigen Menschen kam die Sünde in die Welt, und durch die Sünde kam der Tod. So verfielen alle Menschen dem Tod, denn alle Menschen hatten Schuld auf sich geladen. Die Sünde war schon in der Welt, bevor es das Gesetz gab. Aber solange es kein Gesetz gibt, wird sie nicht als Schuld angerechnet. Trotzdem herrschte schon in der Zeit von Adam bis Mose der Tod über alle Menschen, auch wenn sie sich gar nicht schuldig gemacht hatten. Es hatten ja nicht alle die gleiche Verfehlung begangen wie Adam. Schließlich ist Adam das Gegenbild zu dem, der kommen sollte. Aber mit der Gnade verhält es sich ganz anders als mit der Verfehlung. Damals hat die Verfehlung eines Menschen allen anderen den Tod gebracht. Das wird jetzt mehr als aufgewogen durch die Gnade, die Gott uns erwiesen hat. Und dieses Geschenk der Gnade hat der eine Mensch, Jesus Christus, für alle anderen erwirkt. Die Wirkung dieses Geschenks ist völlig verschieden von dem, was sich aus der Schuld des Einen ergab. Beim Gericht, das auf diesen einen Fall folgte, kam es zur Verurteilung. Aber die Gnade, die Gott für all die vielen Verfehlungen gewährte, führte zum Freispruch. Durch die Verfehlung eines einzigen hat der Tod die Herrschaft übernommen. Eben durch diesen einen. Umso mehr gilt dann von denen, die Gottes überreiche Gnade und sein Geschenk des Freispruchs empfangen haben. Sie werden im neuen Leben zur Herrschaft gelangen. Eben durch den einen, Jesus Christus. Daraus folgt, durch die Verfehlung eines einzigen kam es für alle Menschen zur Verurteilung. Genauso kommt es durch die gerechte Tat eines einzigen dazu, dass alle Menschen als gerecht gelten. Und dadurch steht ihnen das neue Leben offen. Durch den Ungehorsam eines einzigen Menschen gerieten alle Menschen in die Gewalt der Sünde. Ebenso werden auch durch den Gehorsam eines einzigen alle Menschen vor Gott als gerecht gelten. Das Gesetz kam erst nachträglich hinzu, um die Verfehlung schwerwiegender zu machen. Wo aber das Maß der Sünde voll war, da ist die Gnade über jedes Maß hinausgewachsen. Die Sünde übte ihre Herrschaft mithilfe des Todes aus. Genauso wird die Gnade ihre Herrschaft entfalten, indem sie gerecht macht. So führt die Gnade zum ewigen Leben. Durch Jesus Christus, unseren Herrn. Kapitel 6 Was sollen wir dazu sagen? Etwa, lasst uns in unserer Sünde bleiben, damit die Gnade noch größer wird? Auf keinen Fall! Für die Sünde sind wir ja tot. Wie könnten wir da noch weiter in ihr leben? Ihr wisst doch, bei unserer Taufe wurden wir förmlich in Christus Jesus hineingetaucht. So wurden wir bei der Taufe in seinen Tod mit hineingenommen. Und weil wir bei der Taufe mit ihm gestorben sind, wurden wir auch mit ihm begraben. Aber Christus ist durch die Herrlichkeit des Vaters vom Tod auferweckt worden. Und genauso sollen auch wir jetzt ein neues Leben führen. Denn wenn wir ihm im Tod gleich geworden sind, werden wir es auch in der Auferstehung sein. Wir wissen doch, der alte Mensch, der wir früher waren, ist mit Christus am Kreuz gestorben. Dadurch wurde der Leib vernichtet, der im Dienst der Sünde stand. Jetzt sind wir ihr nicht mehr unterworfen. Wer gestorben ist, auf den hat die Sünde keinen Anspruch mehr. Wenn wir nun mit Christus gestorben sind, dann werden wir auch mit ihm leben. Das ist unser Glaube. Wir wissen doch, dass Christus nicht mehr sterben wird, nachdem er vom Tod auferweckt wurde. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Denn dadurch, dass er gestorben ist, ist er für die Sünde ein für allemal tot. Aber das Leben, das er jetzt lebt, lebt er ganz für Gott. Genau das sollt ihr auch von euch denken. Für die Sünde seid ihr tot, aber ihr lebt für Gott, weil ihr zu Christus Jesus gehört. Euer sterblicher Leib soll nicht von der Sünde beherrscht sein. Sie will euch nur dazu bringen, seinen Begierden zu gehorchen. Stellt auch die Glieder eures Körpers nicht in den Dienst der Sünde. Sie sollen nicht Werkzeuge des Unrechts sein. Stellt euch vielmehr ganz Gott zur Verfügung. Denn ihr wart tot und jetzt lebt ihr. Stellt auch die Glieder eures Körpers in den Dienst Gottes. Sie sollen die Werkzeuge seiner Gerechtigkeit sein. Die Sünde wird keine Macht mehr über euch haben. Denn ihr steht nicht mehr unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade Gottes. Was bedeutet das? Können wir jetzt ruhig sündigen, weil wir nicht mehr unter dem Gesetz stehen, sondern unter der Gnade? Auf keinen Fall. Ihr wisst doch, wenn ihr in den Dienst von jemandem tretet, verpflichtet ihr euch damit zum Gehorsam. Ihr seid dann sein Diener und habt ihm zu gehorchen. Ihr könnt also entweder die Sünde zum Herrn wählen, das führt zum Tod. Oder ihr wählt den Gehorsam, das führt dazu, dass ihr von Gott als gerecht angenommen werdet. Dank sei Gott, denn früher wart ihr Diener der Sünde, aber jetzt gehorcht ihr von ganzem Herzen der Leere, auf die ihr verpflichtet worden seid. Ihr seid von der Sünde befreit worden und steht nun ganz im Dienst der Gerechtigkeit. Ich gebrauche da ein Bild aus menschlichen Verhältnissen, denn euer Verständnis ist ganz auf das Irdische gerichtet und entsprechend schwach. Früher habt ihr die Glieder eures Körpers in den Dienst von Unmoral und Gesetzlosigkeit gestellt. Das führte dann noch tiefer in die Gesetzeslosigkeit. Genauso sollt ihr jetzt die Glieder eures Körpers in den Dienst der Gerechtigkeit stellen. Das wird dazu führen, dass ihr heilig seid. Solange ihr Sklaven der Sünden wart, wart ihr nicht an die Gerechtigkeit gebunden. Was war das Ergebnis? Nur Dinge, über die ihr euch jetzt schämt. Denn am Ende brachten sie euch den Tod. Aber jetzt seid ihr von der Sünde befreit und Diener Gottes geworden. Das Ergebnis ist, dass ihr heilig seid und das Ziel ist das ewige Leben. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gnade, die Gott uns gewährt, ist das ewige Leben. Denn wir gehören zu Christus Jesus, unserem Herrn. Kapitel 7 Brüder und Schwestern, ich rede doch mit Leuten, die das Gesetz kennen. Wisst ihr denn nicht? Das Gesetz hat für einen Menschen nur so lange Geltung, wie er lebt. Eine verheiratete Frau zum Beispiel ist durch das Gesetz so lange an ihren Mann gebunden, wie er lebt. Wenn ihr Mann stirbt, gilt für sie das Gesetz nicht mehr, das sie an den Mann bindet. Wenn sie sich also zu Lebzeiten ihres Mannes mit einem anderen einlässt, bezeichnet man sie als Ehebrecherin. Aber wenn ihr Mann stirbt, ist sie durch das Gesetz nicht mehr gebunden. Sie begeht dann keinen Ehebruch, wenn sie sich einen anderen Mann nimmt. Mit euch verhält es sich ähnlich, meine Brüder und Schwestern. Weil ihr mit Christus gestorben seid, seid ihr für das Gesetz gestorben. Ihr gehört jetzt einem anderen, dem, der vom Tod auferweckt wurde. Dadurch kann unser Leben jetzt für Gott Ertrag bringen. Früher waren wir noch ganz von unserer irdischen Gesinnung geprägt. Damals waren unsere Glieder beherrscht von den Leidenschaften der Sünde, die durch das Gesetz geweckt werden. Und der Ertrag, den unser Leben brachte, kam dem Tod zugute. Aber nun gilt das Gesetz für uns nicht mehr, denn wir sind für das Gesetz gestorben, an das wir bisher gebunden waren. Jetzt können wir Gott in einer neuen Weise dienen, die von seinem Geist geprägt ist, und nicht mehr in der alten Weise, die am Buchstaben hängt. Was sollen wir dazu sagen? Etwa, Gesetz und Sünde sind dasselbe? Auf keinen Fall! Allerdings hätten wir ohne das Gesetz die Sünde gar nicht erkannt. Ich hätte zum Beispiel von der Begierde nichts gewusst, wenn das Gesetz nicht gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Die Sünde machte sich das Gebot zunutze und weckte alle Begierden in mir. Solange es noch kein Gesetz gab, war die Sünde tot. Aber ich lebte, damals, als es noch kein Gesetz gab. Doch dann kam das Gebot und die Sünde lebte auf. Aber ich musste sterben. So entdeckte ich, das Gebot, das eigentlich zum Leben führen sollte, brachte mir den Tod. Denn die Sünde machte sich das Gebot zunutze. Sie gebrauchte es, um mich zu täuschen und zu töten. Es bleibt dabei, das Gesetz an sich ist heilig und das einzelne Gebot ist heilig, gerecht und gut. Hat mir dann etwa das Gute den Tod gebracht? Auf keinen Fall, sondern die Sünde war es. Denn sie sollte als Sünde erkennbar werden, indem sie mir durch das Gute den Tod brachte. Durch das Gebot sollte die Sünde über alles Maß hinaus zunehmen. Wir wissen ja, das Gesetz ist vom Geist Gottes bestimmt. Ich dagegen bin als Mensch ganz von meiner irdischen Gesinnung bestimmt. Ich bin mit Haut und Haaren an die Sünde verkauft. Ja, wie ich handle, ist mir unbegreiflich. Denn ich tue nicht das, was ich eigentlich will, sondern ich tue das, was ich verabscheue. Wenn ich aber das tue, was ich eigentlich nicht will, dann beweist das, ich stimme dem Gesetz innerlich zu und erkenne an, dass es Recht hat. Aber dann bin nicht mehr ich es, der so handelt, es ist vielmehr die Sünde, die in mir wohnt. Ich weiß, in mir, das heißt, in meinem irdischen Leib, wohnt nichts Gutes. Der Wille zum Guten ist bei mir zwar durchaus vorhanden, aber nicht die Fähigkeit dazu. Ich tue nicht das, was ich eigentlich will, das Gute, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, dann bin nicht mehr ich der Handelnde. Es ist vielmehr die Sünde, die in mir wohnt. Ich entdecke also bei mir folgende Gesetzmäßigkeit. Obwohl ich das Gute tun will, bringe ich nur Böses zustande. Meiner innersten Überzeugung nach stimme ich dem Gesetz Gottes mit Freude zu, aber in meinen Gliedern nehme ich ein anderes Gesetz wahr. Es liegt im Streit mit dem Gesetz, dem ich mit meinem Verstand zustimme. Und dieses Gesetz macht mich zu seinem Gefangenen. Es ist das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern steckt. Ich, unglücklicher Mensch. Mein ganzes Dasein ist dem Tod verfallen. Wer wird mich davor bewahren? Dank sei Gott. Er hat es getan durch Jesus Christus, unseren Herrn. Zusammenfassend lässt sich sagen, mit meinem Verstand diene ich zwar dem Gesetz Gottes, aber mit meinem irdischen Leib diene ich dem Gesetz der Sünde. Kapitel 8 Es gibt also kein Strafgericht mehr für die, die zu Christus Jesus gehören. Das bewirkt das Gesetz, das vom Geist Gottes bestimmt ist. Es ist das Gesetz, das Leben schenkt durch die Zugehörigkeit zu Christus Jesus. Es hat dich befreit von dem alten Gesetz, das von der Sünde bestimmt ist und den Tod bringt. Das alte Gesetz war machtlos. Es scheiterte an unserer irdischen Gesinnung. Deshalb sandte Gott seinen eigenen Sohn in Gestalt eines der Sünde ausgelieferten Menschen. Er sollte als Opfer für unsere Sünden dienen. So vollzog Gott das Strafgericht an der Sünde genau dort, wo sie sich auswirkt, im Menschen selbst. Das tat er, damit die Forderung des Gesetzes an uns erfüllt wird. Denn jetzt ist unser Leben nicht mehr von unserer irdischen Gesinnung bestimmt, sondern vom Geist Gottes. Wer von seiner irdischen Gesinnung bestimmt ist, strebt nur nach irdischen Dingen. Wer aber vom Geist Gottes bestimmt ist, strebt nach dem, was der Geist will. Nach irdischen Dingen zu streben, bringt den Tod. Aber nach dem zu streben, was der Geist will, bringt Leben, und Frieden. Darum bedeutet das Streben nach irdischen Dingen Feindschaft gegen Gott. Es ordnet sich nämlich nicht dem Gesetz Gottes unter. Dazu ist es ja gar nicht fähig. Wer also von seiner irdischen Gesinnung bestimmt ist, kann Gott unmöglich gefallen. Aber ihr seid nicht mehr von eurer irdischen Gesinnung bestimmt, sondern vom Heiligen Geist. Denn der Geist Gottes wohnt in euch. Wer dagegen diesen Geist, den Christus gibt, nicht hat, gehört auch nicht zu ihm. Wenn Christus jedoch in euch gegenwärtig ist, dann ist euer Leib zwar tot aufgrund der Sünde, aber der Geist erfüllt euch mit Leben, weil Gott euch als gerecht angenommen hat. Es ist derselbe Geist Gottes, der Jesus vom Tod auferweckt hat. Wenn dieser Geist nun in euch wohnt, dann gilt, Gott, der Christus vom Tod auferweckt hat, wird auch eurem sterblichen Leib das Leben schenken, durch seinen Geist, der in euch wohnt. Brüder und Schwestern, das bedeutet, wir sind unserem irdischen Leib gegenüber nicht mehr verpflichtet, so zu leben, wie es unsere irdische Gesinnung verlangt. Wenn ihr nämlich so lebt, wie es eurer irdischen Gesinnung entspricht, müsst ihr sterben. Wenn ihr aber mit Hilfe des Heiligen Geistes eure irdischen Gewohnheiten tötet, werdet ihr leben. Alle, die sich vom Geist Gottes führen lassen, sind Kinder Gottes. Ihr habt ja nicht einen Geist empfangen, der euch zu Sklaven macht. Dann müsstet ihr doch wieder Angst haben. Ihr habt vielmehr einen Geist empfangen, der euch zu Kindern Gottes macht. Weil wir diesen Geist haben, können wir rufen, Abba Vater. Und derselbe Geist bestätigt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn wir Kinder sind, dann sind wir aber auch Erben. Erben Gottes und Miterben von Christus. Voraussetzung ist, dass wir sein Leiden teilen. Denn dadurch bekommen wir auch Anteil an seiner Herrlichkeit. Ich bin überzeugt, das Leid, das wir gegenwärtig erleben, steht in keinem Verhältnis zu der Herrlichkeit, die uns erwartet und die Gott an uns offenbar machen will. Die ganze Schöpfung wartet doch sehnsüchtig darauf, dass Gott offenbart, wer seine Kinder sind. Denn die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen, allerdings nicht aus eigenem Antrieb, sondern Gott hat es so bestimmt. Damit ist aber eine Hoffnung verbunden, die Hoffnung, dass auch die Schöpfung selbst aus der Knechtschaft der Vergänglichkeit befreit wird. Und dass sie so zu der Freiheit gelangt, die Gottes Kinder in der Herrlichkeit erwartet. Wir wissen ja, die ganze Schöpfung seufzt und stöhnt vor Schmerz wie in Geburtswehen, bis heute. Und nicht nur sie, uns geht es genauso. Wir haben zwar schon als Vorschuss den Heiligen Geist empfangen, trotzdem seufzen und stöhnen auch wir noch in unserem Innern. Denn wir warten ebenso darauf, dass Gott uns endgültig als seine Kinder annimmt und dabei unseren Leib von der Vergänglichkeit erlöst. Denn wir sind zwar gerettet, aber noch ist alles Hoffnung. Und eine Hoffnung, die wir schon erfüllt sehen, ist keine Hoffnung mehr. Wer hofft schließlich auf das, was er schon vor sich sieht? Wenn wir dagegen auf etwas hoffen, das wir noch nicht sehen, dann müssen wir geduldig darauf warten. In gleicher Weise steht uns der Geist dabei, wo wir selbst unfähig sind. Wir wissen ja nicht einmal, was wir beten sollen und auch nicht, wie wir unser Gebet in angemessener Weise vor Gott bringen. Doch der Geist selbst tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein, in einer Weise, die nicht in Worte zu fassen ist. Aber Gott weiß ja, was in unseren Herzen vorgeht. Er versteht, worum es dem Geist geht. Denn der Geist tritt vor Gott für die Heiligen ein. Wir wissen aber, denen, die Gott lieben, dient alles zum Guten. Es sind die Menschen, die er nach seinem Plan berufen hat. Er hat sie schon im Vorhinein ausgewählt. Schon im Voraus hat er sie dazu bestimmt, neu gestaltet zu werden. Und zwar so, dass sie dem Bild seines Sohnes gleichen. Denn der sollte der Erstgeborene unter vielen Brüdern und Schwestern sein. Wen Gott so im Voraus bestimmt hat, den hat er auch berufen. Und wen er berufen hat, den hat er auch für gerecht erklärt. Und wen er für gerecht erklärt hat, dem hat er auch Anteil an seiner Herrlichkeit gegeben. Was sollen wir noch mehr sagen? Wenn Gott für uns ist, wer kann sich dann noch gegen uns stellen? Er hat ja seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern er hat ihn für uns alle in den Tod gegeben. Wenn er uns aber seinen Sohn geschenkt hat, wird er uns da nicht auch alles andere schenken? Wer kann also Anklage erheben gegen die Menschen, die Gott ausgewählt hat? Gott selbst erklärt sie doch für gerecht. Wer wird das Urteil sprechen? Christus Jesus, der gestorben ist, mehr noch, der auferweckt wurde, der an der rechten Seite Gottes sitzt und der für uns eintritt. Was kann uns von Christus und seiner Liebe trennen? Etwa Leid, Angst oder Verfolgung, Hunger oder Kälte, Gefahr oder gar die Hinrichtung? Schließlich heißt es ja in der Heiligen Schrift, deinetwegen bedroht man uns täglich mit dem Tod. Wir werden behandelt wie Schafe, die zum Schlachten bestimmt sind. Doch aus all dem gehen wir als strahlende Sieger hervor. Das haben wir dem zu verdanken, der uns so sehr geliebt hat. Ich bin zutiefst überzeugt. Nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen. Nicht der Tod und auch nicht das Leben, keine Engel und keine unsichtbaren Mächte, nichts Gegenwärtiges und nichts Zukünftiges und auch keine andere gottfeindliche Kraft. Nichts Über- oder Unterirdisches und auch nicht irgendetwas anderes, das Gott geschaffen hat. Nichts von alledem kann uns von der Liebe Gottes trennen. In Christus Jesus, unserem Herrn, hat Gott uns diese Liebe geschenkt. An dieser Stelle danke ich euch ganz herzlich fürs Zuhören. Wir haben noch viele weitere Aktionen bei uns im Landesverband. Für Kinderstunde, Jungschar, Teankreise und Jugendkreise. Schaut einfach mal vorbei auf www.swdec.de Habt noch einen guten Tag und ich wünsche euch Gottes Segen. Ciao.